Hallo, 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 der Emiro hier und wir sind wieder bei SMB3X, wollte ich gerade gesagt haben und wir sind in einem lustigen Level mit einem lustigen Fisch, den ich total lustig finde und total mag. Hahaha, Big Boss, blödester Fische in der Geschichte der Menschheit, blödester Koopa in der Geschichte der Menschheit, oh mein, was, wie soll das gehen? Schaffe ich das? Ja, ich schaffe das aber so ganz knapp. Oh, und sie werfen ihre, oh, sie werfen die Blöcke. Oh, das ist, das ist einfach nur toll. Ich mag Big Boss nicht, ich mag ihn nicht und wieso gleich wieder ein Level mit ihm? Und ich bin tot. Ah, ich, ne, das Level wage ich mich nicht so rein. Ich gebe es zu, ich bin ein bisschen feige. Aber wenn das Pilzhaus doch direkt zwei Felder weiter steht, kann man das nochmal verkraften und ich werde das Level einfach nochmal von vorne zeigen, da es gerade mal 60 Sekunden drin war. Okay, okay, so viel Zeit muss dann doch sein. Ja, 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 ja. Ach, ach, ich, hm, das war auch blöd, bla, tut mir leid, aber in das Level gehe ich so nicht rein. Ich meine, wenn ich schon die Möglichkeit habe, mich hier mit Power aufs Vollzup pumpen, dann nutze ich die Gelegenheit doch auch. Ja, blöd, wenn nicht. Hoch, runter. Okay, jetzt muss ich gucken. Hier mit Feuerblumen durch, das ist schon mal sehr gut. So, jetzt gehe ich hoch. Ich gehe nochmal hoch. Und ich bin oben. Oh, das macht die Sache einfacher. Oh, die sind feuerresistent. Oh, die sind feuerresistent, ne? Der war feuer... Oh Gott. Oh, Big Boss Level, Big Boss Level. Ich werde wieder 100% zeigen. Einfach, weil ich diese Big Boss Scheiße nicht abkann. Oh mein Gott, ja, töte mich. Gib's mir ins Gesicht, du Kleiner. Komm mal mit. Oh Gott. Huh, huh, nein! Oh, das wird ein ganzes Level nur für dich, mein Freund. Das wird ein ganzes Level nur für dich. Komm. Ja, komm. Feuer ist hoch. Oh, ganz ehrlich, leck mich doch. Leck mich am Arsch. Mach mal sowas von. Du Scheißviech, ne? Wenn du nicht wärst, dann wäre diese Welt so schön. Aber nein, wir brauchen ein Level mit einem großen, fetten, gefräsigen Fisch. Wofür braucht die Menschheit dieses Level? Ich meine, es erfüllt doch keinen Nutzen. Außer mich auf die Palme zu bringen. Oh, dieser Fisch. Oh, dieser Fisch. Na komm. Mario schmeckt doch gar nicht so gut. Warum willst du ihn denn fressen? Er ist doch nur fett. Oh mein Gott. Und ich bin wieder klein. Das macht die Sache natürlich nicht gerade einfacher. Ach. Das vergesse ich jedes Mal. Ich darf nicht auf den Block springen. Ich darf einfach nicht auf den... Komm, schieß es hoch. Ich darf nicht auf den Block springen. Ich sollte meine Sets beenden, damit ihr auch was versteht von meinen Gedanken. Oh mein Gott. Gängen. Oh, ich bin groß. Ich bin groß. I are awesome. Awesome. Und wenn bringt das was? Bin ich eh schon drüber weg. Aha. 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 Nein. Nein. Abermals. Nein. Sehr schön. Gut, es geht weiter. Ausnahmsweise mal. Nein. Ah, wieso kann er sich drehen? Wieso können Gegner so viel? Das ist... Oh. Hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch mit dir. Und was? Ich muss da noch in die Röhre kommen. Oh, holy shit. Nein. Neuer Versuch. Gut, ganz langsam. Nein. Oh mein Gott. Jetzt muss ich auch noch die Pflanze und den Fishtime. Oh, gut. Oh, gut. Big Boss. Erledigt. So. Die Eisfestung noch hinterher. Komm. Oh Gott. Oh Gott. Das sieht auch nicht gut aus. Ganz und gar nicht. Oh mein Gott. So langsam wird dieses Spiel übertrieben schwer. Das habe ich irgendwie gemeistert. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Feuerblume. Äh, Eisblöcke können nur durch Feuerbälle vernichtet werden. Natürlich. Und was ist, wenn ich hier getroffen werde? Dann habe ich ein Problem. Gut, ich wette, da ist aber noch eine Feuerblume drin. Nein, ein Giftpilz. Das ist ungefähr dasselbe, würde ich mal sagen. Was ist hier unten? Der Tod. Ach, ich dachte, da wäre irgendwie ein Geheimnis oder so. Aber nein, das wäre ja schön. Das würde ja vielleicht mal Sinn machen, Geheimnisse in ein Spiel einzubauen. Aber nein, wir bauen nur den Tod ein. Nur die schönen Seiten. Nur die schönen Seiten. Nur den Tod. Hoch, hoch, hoch. Hoch, okay. Und ich weiß diesmal, da will ich dran vorbei. Oh mein Gott. Das Eis macht die Sache nicht gerade ein. Einfach, verdammt. Gut, was gibt es hier? Und ein Leben, das ich mir nicht mehr holen kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das Feuer macht hier genauso wenig Sinn wie in dem Wasser-Level. Ich will oben lang. Wollte ich echt oben lang? War das so eine gute Idee? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das ein Scheiß. Letzter Versuch, den ich komplett zeigen werde, glaube ich. Dieser erste Teil ist nicht schwer. Hier, der klappt perfekt. Dann kommt die Feuerblume und ich mach Bäm, 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 Bäm. Und ich mach Bäm, 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 Bäm. Weil ich so gut bin. Und hier fangen die Probleme an. Ohohoho. No, 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 no. Oh mein. Mmh. Gut. Und wieder hier. Gut. Und auch. Ich bin den falschen Weg gegangen. Wollte mir das jetzt sagen. Ich musste hier unten rein. So wie in. Ich musste hier unten rein. Ja, genauso wie in. Ich musste hier unten rein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe auf eis keine Kontrolle. Das ist gar nicht gut. Ich lass mich hier einfach fallen. Aktivieren. Rennen. Und da ist ein Power-Up drin. Da ist mein Power-Up drin. Oh ja. Uh. Uh, du, du, du. Uh, du, du, du. Oh. Wo geht's dir hoch? Nur da. Diesmal darf das nicht der Tod... Oh Gott. Es ist fast der Tod. Iiii. Das ist doch lächerlich. Und genau an der Stelle, an der wir aufgehört haben, meldet sich der Mero zurück. Jawohl. Wir sind immer noch in dem blöden Eisfestungs-Bums-Ding hier. Und es hört nicht auf. Okay, was ich hier machen muss, ist ziemlich eindeutig. Was erzählst du mir? Diese grauen... Was? Oh, cool. Ich drück nach unten und zerstöre diese... Blöcke also. Und geh hier in die Röhre. Die alles resettet. Oh, leck mich doch. Leck mich doch. Okay, aber so eine Reset-Röhre ist schon mal ganz gut. Ich drück mich hier rein. Auch nicht. Ganz ehrlich, ich laufe jetzt erstmal bis zum Ende durch. Jetzt reicht's mir. Bla. Bla, bla, bla. Hepp, 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 hepp. Komm, rein da. Rein da. Das war das Ziel. Das war ein schweres Ziel. Okay, aber jetzt wissen wir, in diese grauen Blöcke gehen einfach nur zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Erledigt. Oh. Doppel-Boom-Boom-Action. Na, klasse. Jetzt hab ich gleich zwei, die fliegen. Das ist mal krank. Beide erledigt und jetzt rennen sie. Ein erledigt. Noch ein erledigt. Erledigt. Und es reicht, einen zu töten. Gut. Festung geschafft. Und es reicht für heute. Ich bin im Ero. Das war jetzt ein B3-Hex. Bis zum nächsten Mal. Boah.